Na, was hat da vor der Markt? Manch einer guckt gerade argwöhnisch auf den Kursverlauf. Der ist nämlich ziemlich deutlich nach unten. Wir sehen das hier beim DAX Index oder beim Future ebenfalls natürlich. Wir haben eine deutliche Abwärtsbewegung aktuell und das ist etwas, wo der eine oder andere sich gewarnt fühlen sollte. Denn es steht gegebenenfalls jetzt, ich sag mal vorsichtig, endlich die große Korrektur an. Damit meine ich nicht die ganz große Korrektur auf Wochen- und Monatssicht, sondern aber zumindest mal die Korrektur des Anstiegs, den wir seit Anfang Juli hatten. Seitdem ging es ja nach oben und ich habe es immer wieder mal gesagt, irgendwann wird der kommen. Wir hatten ja einige Angebote ja schon mal angesprochen, da gab es schon mal Widerstände, da hätte der Kurs schon drehen können, es war aber damals ja noch korrektiv. Na gut, die Idee bleibt letztlich die gleiche. Bleiben wir mal ganz kurz im Tageschart. So ein klassischer Rücksetzer wäre eigentlich vom tiefsten zum höchsten Punkt gemessen. Dann eigentlich so in diese Zone 38, 20, 61, 8. Das kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, aber das wäre so der Klassiker. Heißt allerdings auch, dass ein Rücksetzer bis in diese Zone, das heißt runter bis 13.000, vielleicht sogar noch knapp drunter, noch nicht zwingend den Bullenmarkt beendet, insbesondere wenn die Abwärtsbewegung wackelig ist, also korrektiv verläuft oder aber zumindest mal dreiwellig verläuft. Also das wären ganz gute Zeichen dafür. Noch ist alles in Ordnung. Je steiler die Bewegung, also steil ist erstmal nicht das Problem, aber je länger sie einwellig ist, also wirklich dynamisch so runter, so ähnlich wie hier, desto weniger ist das eine Korrektur, sondern ist es quasi eine Trendfortsetzung, also das, was wir vielleicht vorher schon mal hatten. Das heißt, wir müssen aufpassen, ob das jetzt korrektiv nach unten kommt oder nicht, aber zur Beruhigung, das, was wir heute Nachmittag sehen, das ist nicht korrektiv anmutend, überhaupt nicht korrektiv anmutend, ist aber noch viel zu klein, um da schon Sorge zu bereiten. Das heißt, also entweder, wer jetzt sagt, oh, jetzt habe ich so schöne Gewinne gehabt, die würde ich ungerne wieder hergeben, dann müsstet ihr bald aus dieser Position raus. Wir hatten über Trailingstops mehrmals gesprochen. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man hier zum Beispiel nach Parabolic oder Supertrend nachzieht. Das kann man auf den kleineren Zeitebenen natürlich machen, um es möglichst eng zu machen. Die Kiste ist schon raus auf dem Parabolic auf Tagesebene. Beim Future wäre es jetzt 13.590, wäre sicherlich auch noch eine Idee. Ist jetzt keine zwingende Empfehlung, dass der jetzt super ist, aber der würde zumindest mal große Teile der Aufwärtsbewegung absichern, solange es nicht klar ist, ob wir nur eine Korrektur in diese Box reinbekommen oder der Kurs sogar noch weiter fällt. Aber ihr seht schon, das Bild hat sich gewandelt. Es sieht nicht mehr so korrektiv aus. Wir hatten das hier schon mal so ein bisschen andeutungsweise, wo man schon den halben Eindruck haben konnte, ist das nicht ein Fünfweller. Wäre es hier schon wackelig hochgelaufen, hätte man gesagt, okay, es geht schon abwärts. Aber es ist noch mal stark nach oben gelaufen. Das lässt es vermuten, dass das eben ein etwas anderes Szenario ist. Wir sollten aber jetzt im Auge behalten, im Fünf-Minuten-Chart, bleiben wir mal ruhig beim DAX. Wir hatten eine erste Abwärtsbewegung, wir hatten eine klar dreiwellige Gegenbewegung. Jetzt haben wir eine sehr lange Abwärtsbewegung. Und je länger die ist, desto weniger wahrscheinlich, ich rede ja immer von diesen dreiwelligen Bewegungen. Bei diesen dreiwelligen Bewegungen ist die vordere und die hintere häufig ähnlich lang. Ähnlich heißt aber nicht exakt gleich. Also die darf durchaus länger sein. Aber je länger sie länger ist, je weiter sie länger ist, desto weniger typisch ist das. Und wir können uns das mal angucken, wie weit sind wir denn da schon gelaufen in dieser Geschichte. Also wenn wir uns mal angucken, das ist der erste Teil, das ist jetzt das. 100% wäre ungefähr hier gewesen. Ein bisschen höher. So, da in etwa. Das waren in etwa die Marke 13.900, sagen wir mal so ein bisschen tiefer dran. Aber so, da ist er ja deutlich durch. Bis 161 finde ich ist beides noch einigermaßen okay. Aber wir sind massiv durch die 161er. Wir sind sogar schon doppelt so lang. Nein, dreimal so lang wie diese Bewegung, die wir hier vorne haben. Einmal, zweimal, dreimal so lang. Und noch das sogar unterschritten. Das heißt, ein Szenario, oh, das ist bestimmt drei Welle, danach geht es wieder hoch, ist dadurch, dass wir so viel tiefer gekommen sind, nicht das Typische, das Klassische. Ich gehe ja im Moment also davon aus, dass wir, nachdem wir so eine erste hatten, eine zweite hatten, eine sehr lange, wie ich sage, dritte Welle, dass wir früher oder später etwas in diesem ausmachen. Das muss nicht exakt so aussehen. Das kann auch eine andere Korrekturform sein, irgendwie so eine Seitwärtskorrektur. Aber irgendwas, wo man sagt, ja, okay, die sind in der gleichen Größenordnung. Also diese hier ist ja auch eine Gegenbewegung, auch korrektiv. Also für die ganz kurzfristig handelbaren sind das immer wieder kleine neue Short-Einstiegsmöglichkeiten. Für die, die wirklich hardcore kurzfristig unterwegs sind. Aber man sieht schon, nee, das ist ein Unterschied. Die sind nicht in der gleichen Liga. Zu erwarten wäre aber, dass wir früher oder später so ähnlich wie hier nochmal hier eine vierte Welle bekommen und anschließend sogar nochmal weiter runter. Weil nach der vierten kommt typischerweise die fünfte. Also der Markt bewegt sich sehr, sehr gerne in diesen fünfwelligen Verhaltensmuster. Das ist nicht immer so. Damit müssen wir allerdings rechnen. Das wäre der Klassiker. Ja und dann, ihr seht, so wie ich das jetzt gezeichnet habe, oder machen wir das mal bewusst so hier in etwa. So könnte das aussehen. Wären das Ziele, die ohne weiteres hier bis unter, oder sagen wir mal ungefähr 13.650 nochmal reichen können. Allerdings hängt das davon ab, wo die Korrektur stattfindet. Wenn es vorher noch ein bisschen weiter fällt, dann sind die Ziele natürlich auch noch tiefer. Vielleicht sogar 13.600. Jetzt gucken wir das mal im Kontext dieser Geschichte an. 13.600 ist sowieso noch völlig unkritisch. Vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Und wenn der Kurs anschließend eine Pause nach oben macht, hätte er die beste Chance, eben danach nochmal da reinzugehen. Also ihr seht, das zu erwartende Ereignis ist eigentlich, dass wir im Moment in der starken Abwärtsbewegung sind, anschließende Korrektur kommt und es danach sogar nochmal runter geht und zwar in diese Box. Das ist so die ideale Erwartungshaltung. Und orientieren können wir uns immer, solange jetzt die Gegenbewegungen schwach sind. Erinnert ihr euch, ich habe euch immer gesagt, in der Aufwärtsbewegung, Gegenbewegung, dreiwellig, wackelig, irgendwie sowas in der Richtung, dann ist es eher weiter nach oben. Wenn wir jetzt in den kleineren Zeitebenen, 5 Minuten Schad, 15 Minuten Schad, Stunden Schad, irgendwie wackelige Aufwärtsbewegungen bekommen, dreiwellig oder wackelige Aufwärtsbewegungen, sind das nach wie vor Zeichen für die Abwärtsseite. Also vorsichtig sein, das Bild hat sich gewandelt. Das ist nicht, dass der Bullenmarkt übergeordnet komplett jetzt tot ist. Es ist aber ein Zeichen dafür, dass aktuell Käufe nicht so sinnvoll sind. Wir warten jetzt ab. Es ist das eingetreten, was wir gesagt haben. Wenn wir anfangen, mit Schüben nach unten unterwegs zu sein, dann müssen wir Korrekturen nach oben abwarten, nach unten nochmal shorten. Wer das aussitzen mag, der kann seinen Stop zum Beispiel auf 12.710 setzen. Das wäre so eine klassische Marke hier, wo der Kurs nicht mehr durch sollte, wenn er noch bullish bleibt. Wenn euch das zu weit weg ist, mir wäre das normalerweise eher zu weit weg, dann müssen wir diese engeren Stop-Varianten haben, die ich ja angesprochen habe. So, gucken wir kurz nochmal nach dem amerikanischen Markt. Da ist das Bild grundsätzlich ähnlich. Auch hier sehen wir Schub runter. Im Moment hier wackelig irgendwie hoch. Spielt keine Rolle. Relativ lang hier runter. Darf durchaus noch ein bisschen weiter. Denkt dann, das Verhaltensmuster sollte so ziemlich das ähnliche sein. Nehmen wir mal an, hier kommt jetzt ein größerer Rücksetzer. Wie sieht der aus? Das ist ein bisschen anders jetzt als beim DAX. Denn beim DAX hatten wir hier vorne schon einen, nee, das meine ich nicht. Wir hatten hier vorne schon einen Fünfweller. Ihr erinnert euch? So, und wir erwarten jetzt die große Korrektur. Hier sehe ich allerdings eher, dass wir ein bis jetzt Dreiweller haben. In einer langen dritten Welle. Das heißt, hier sind wir immer noch im Bullenmarkt auch, erwarten aber jetzt eine Bewegung, die vielleicht ähnlich ist wie die. Das heißt, man kann sich mal so in etwa vorknöpfen, wie tief war die Bewegung hier beim DAO. Dann sehen wir, das wäre, wenn es gleich groß ist, ungefähr 32.500. Kann ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sein. So ist es in der Art. Einige gucken natürlich auch nochmal auf die Fibonaccis. Die müssten dann allerdings auch den richtigen Knopf drücken und messen hier mal. Und dann sehen wir die 23.6er. Die ist ein bisschen zu klein im Verhältnis dazu. Und dann seht ihr, wie eigenartig das ist. Ziemlich exakt passend ist die Unterstützung hier auch der 38.20er Marke dieser Bewegung. Was durchaus nicht untypisch ist. Es ist jetzt kein Versprechen, dass die Marke erreicht wird. Aber ich sage mal, sowas wäre nicht untypisch von der Größe. Es wäre passend zu dieser Geschichte. Und anschließend kann es ja dann nochmal weiter nach oben gehen. Also ihr seht, ich habe noch nicht im großen Bild gewechselt. Auf die bärische Seite. Ich sehe immer noch die Chance, solange wir oberhalb hier bleiben. Wobei das jetzt bitte nicht exakt zu sehen ist. Die Marke liegt ziemlich exakt bei 32.500. Aber es kann auch noch tiefer sein. Es ist nicht, dass sie exakt gleich groß sind. Also das ist vielleicht auch hier eher so eine Box. Naja, es sollte idealerweise oberhalb dieser Marke sein. Die merken wir uns nochmal vor. Das ist das Juni Zwischenhoch bei ungefähr 31.800, 900 ungefähr. Da sollte er idealerweise drüber bleiben. Solange das der Fall ist und solange das Drüberbleiben dreiwellig oder wackelig ist, korrektiv also, ist das bullische Bild quasi noch gegeben. Wem das zu weit ist, wer sagt, das finde ich aber schade, so tief jetzt runter, der sollte anfangen, seinen Stopp enger nachzuziehen. Zum Beispiel Parabolic. Super Trend, ist nicht so weit weg. Parabolic hier, Standardeinstellung auf Tagesebene. Ihr könnt natürlich auch andere Methoden dafür verwenden. Das ist jetzt nur eine sehr simple, ich kann jetzt hier kein Lehrvideo draus machen, aber nur einfach, dass ihr seht. Ja, dann lieber, wenn ihr das nicht aussitzen wollt, weil man darf ja eins nicht vergessen, es kostet Zeit. Es kostet vorläufig Gewinne und die Chance, dass es durchgeht, ist ja nicht null. Es ist nicht mein präferiertes Bild, aber es passiert leider in der Welt nicht immer das, was ich präferiere. Ja, also die Wahrscheinlichkeit für den Dreh ist nicht schlecht, aber sie ist nicht 100 Prozent in diesem Bereich. Das heißt, wer da vor Angst hat, Sorge hat und sagt, der sollte ernsthaft überlegen, Positionen zu schließen, vorläufig zumindest mal, denn das ist eigentlich eher ein Zeichen für die Abwärtsseite. Wer sich da engagieren will, ihr seht, diesen Fünfweller anschließend nochmal A, B, C nach oben. Auch hier wieder der mittlere Bereich. Das ist quasi das Gleiche, wie wir es immer hatten. In diese Richtung wackelig, nur in die Richtung. Jetzt umgekehrt in die Richtung steil wackelig. Kann ja auch so wackelig sein. Da rein und dann die Fortsetzung nach unten. Trigger wäre eben so etwas. Also vorläufig sieht es aus, als ob wir eine realistische Chance für nach unten haben. Es ist noch kein Drama-Modus beim Dow, weil er noch nicht so lang ist wie beim DAX jetzt. Da war es sehr viel auffälliger, aber trotzdem schon mal auffällig. Beim S&P ist das auch auffällig. Ihr seht, diese Länge, wir können sie nochmal einmal messen. Ich messe jetzt nicht bei jedem Einzelnen. Ihr dürft ja auch ein bisschen was mitmessen, damit ihr auch ein bisschen Spaß am Chart habt. Aber wenn ich jetzt mal diesen Teil messe, gleich lang ist so das Typische. Wenn er da gedreht hätte, hätte ich gedacht, das ist halt nur zack, A, B, C und dann geht er wieder hoch. Wir sind allerdings drunter, aber noch nicht unter der 61,8. Also ganz großer Alarm ist noch nicht, denn diese müssen ja nicht exakt gleich sein. Wenn der ein bisschen länger ist, ist es schon in Ordnung. Aber ich wäre sehr vorsichtig. Ich messe es nochmal und sage euch die Zahl kurz an. Wenn die Kurse tatsächlich unter 4.256, hier das ist der Future-Kontrakt, fallen, ihr könnt als grobe Orientierung, wenn ihr das im Chart nicht messen könnt, merkt euch mal hier das T vom 15. August nachmittags. Wenn er da nochmal durchgeht, dann ist das wirklich ein Zeichen für falscher Knopf wieder. Oh Gott, heute kriege ich es aber gar nicht hin. Also das, 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 das und das wäre das bärische Zeichen. Wie gesagt, je tiefer dieser Punkt hier von der Bewegung ist, bevor dann die nächste Korrektur ähnlich wie diese hier ist. Ihr seht, das Verhaltensmuster ist gleich. Amerika ist also noch nicht ganz so sehr im Panikmodus, wie das beim DAX zu sein scheint. Also da ist ein Unterschied. Amerika ist, was das angeht, noch deutlich stabiler. Und es wäre die vierte Welle. Das heißt, es käme nochmal die fünfte Orientierung wäre das. Das werden wir uns aber später dann nochmal angucken. Aber zur Orientierung erstmal ganz hilfreich. Na ja, gut, ähnlich. Nasdaq, da hat sich jetzt auch nicht mehr arg viel anders ergeben. Also ihr seht, es ist noch keine große Panik da. Aber es ist jetzt erstmal die ernsthafte Frage, ob wir jetzt nicht in die nächste etwas größere Korrektur wieder gehen wollen. Wir hatten ja immer nur diese kleinen Korrekturen, die wir vor kurzem gewohnt waren. Es sieht danach aus, als ob wir eine Chance haben für die andere Seite. Allerdings noch nicht im Panikmodus in Amerika. Denn der Unterschied zwischen diesen beiden Längen ist noch nicht so groß. Als dass man nicht sagen kann, wieso ist eine ABC und es geht nochmal weiter nach oben. Merken sollten wir uns also die Zwischenhochs beim Nasdaq. Wäre das die Marke ungefähr bei 13.670, der Nasdaq Future, Nasdaq 100 Future, um es genau zu sagen, von heute Morgen so gegen 8 Uhr, so die letzten Zwischenhochs. Geht er da durch, wäre es bloß eine dreiwellige Bewegung und der Kurs geht nach oben. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr hier auf kleinerer Ebene sowas seht. Wäre das ebenfalls der Dealbreaker sozusagen für die Short-Seite. Beim S&P 500 ist es ebenfalls das morgendliche Hoch bei 4.315. Beim Dow Jones wäre es 34.170 in etwa. Merkt euch das mal. Also die Marke sollte dann nicht mehr durchstoßen werden. Dann idealerweise vielleicht sogar schon die 34.000, also dieses Zwischentief hier nicht mehr, was wir hatten am 16. gestern Abend gegen 9 Uhr, damit es dann überlappungsfrei nach unten ist, damit das hier auch schön mit Schwung tief genug nach unten gehen kann. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilfreich ist für eure eigenen Handelsentscheidungen. Euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.